Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Aquarian Skies mit dem Marco zusammen Und dem Tino So, wir waren damit beschäftigt, hier noch ein paar Rewards zu machen Und da zählt unter anderem der Blueberry Muffin dazu, den haben wir jetzt schon mal Das kann erstmal alles ins System hier rein, der ganze Quark Ach, ich wollte eigentlich Dings mal kosten hier Mensch, ähm Das Bananenbrot, ob das auch schmeckt, was ich da gemacht habe So, ähm, was brauchen wir noch? Cinnamon Roll Ist das eine Zimtrolle oder sowas, ne? Jupp Oh shit, das sieht schlecht aus So? Weil wir kein Zimt haben Oder? Doch, Hammer Bisschen was, Hammer Alles zurückgenommen Und das haben wir aber nicht Was fehlt denn da? Ein Water Bucket Water Bucket Bucket Und dann einfach hier ins Fluid System Da, ist Wasser Wo, wo, wo? Da Ich drauf Kann ich dann, wie hole ich das eigentlich raus? Na, du hast ja diese, äh, zwei Fäder Ah, verstehe Wasser ist ausgewählt zum Beispiel Und jetzt kannst du da Wasser einmal rausnehmen Achso Okay, hm So Gleich mal ein paar ins System Das kann ins System Das kann ins System Ähm, was würde ich jetzt machen Sind, Dingsbums, Zimtrolle Oh, sehr gut Eine Zimtrolle Und dann schauen wir mal Was man noch brauchen Pancakes Nice Pancakes Pancakes I love pancakes Guten alten Pfandkuchen Mensch, geht doch immer, ne? Omelette Oh, lecker, ey Bell pepper Fehlt mir Haben wir sowas noch? Äh, bell pepper Das war doch ne Was ist das? Bell pepper Pepper corn Sieht nicht so aus Guck mal ein System Und fest da irgendwo Was soll ich denn da reingucken? Was soll ich da reingucken In das System Nach was? Na, im Bell pepper Sieht Da sind welche drin, ja Ja, damit Kann ich hier oben Was kann ich hier wegnüdeln? Gar nichts Wo soll ich denn den anpflanzen? Na, einfach irgendwo auf den Boden Nimmst dir ein bisschen Bodenmehl Und dann hast du fertig Er muss schon nach oben nehmen Also Ja, ich weiß Ah Kein Bock, mir so ein Scheißding Jetzt zu machen Warte Brauchst du nicht machen Ich hab schon eine Ich weiß, dass im System Wir sind Hab ich gesehen So Irgendwie Man, reicht doch eins Mach lieber Oh, mir Und dann fertig Boah, ey Mach nur deinen Scheiß jetzt Kümmer sich um meine Pepper Best Dings Bums Tralala Ist ja schlimm Bösser Marco So Pepper Best Einmal rein ins System Und dann Omelette war es genau Omelette Zack 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 Gut Was haben wir jetzt noch Blueberry Pancakes Okay Auch noch nicht gegessen Was ist denn Asparagos Quiche Das würde mich ja mal Deutsch interessieren Was das zu essen sein soll Weißt du das Genau Cheese Einmal Es besteht aus Käse Ein Ei Eine Zwiebel Ein Asparagos Warte mal Was ist ein Asparagos Sieht aus wie Spargel Oder Ne Nicht wie Spargel Sondern wie Rhabarber Oder sowas Keine Ahnung Na egal So Waffen Okay Butter Oh Keine Butter Ich glaube der Reward ist fertig Ups Wieso kann ich den Hä Ja Wollten eine Reihe weiter geht Wo denn Ach Sandwich Breakfist Ne Scherz oder BLT Was ist denn das für eine Bezeichnung BLT Gibt es nicht Auch gibt es tatsächlich Das ist doch Bullshit Haben wir kein Tofu Ich hätte doch so viel Tofu mal gemacht Und ich glaube ich mal den ganzen Grämmel da unten ins System schmeißen Aber das ist nämlich miteinander Ist das miteinander verbunden Das hier unten Mit dem oben Ja Ja Gibt es ja gar nicht Ich muss hier noch 2 Millionen Sandwiches machen jetzt Ach Leck 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 Der Rest ist Wurst, so das da rein 180.000 Millibuckels Biofuel Und das go with the flow, fertig Ok, das ist ja immer doch Spurzel Was hat man nochmal Tofu hergestellt? Was hat man da in diese Presser gegeben? Erst hast du da raus Stilken Tofu gemacht Und dann hast du Firm Tofu draus gemacht Aber aus was? Aus dem Tofu Achso So, warte mal BLT Was fehlt denn jetzt wieder hier? Was ist ein Cutting Board? omega und saft Nähe厄 Dasи, ist wirklich hier ein Cutting Board Ja, das kann nicht sein Wo ist denn das jetzt wieder? so gut haben wir schon mit diesem blt bürger dann brauchen wir ein blackberry chili sandwich abicelli sandwich wir haben keine peanuts das ist neues okay so dann war es noch apple apple chili leckt das schon wieder ja doch hat gelegt hat gelegt blubel brauchen wir auch noch ich denke blackberry oder blueberry gemacht ich weiß es gar nicht brauchen peanut butter ohne ende hier hier kiwi kiwi sandwich oh man weiß nicht ob das punkte bringt ach du grünen wir haben keine zitronen wir brauchen wir brauchen wir haben eine wunderschöne lemon in sapling beziehungsweise hängen hier draußen steht sie zum beispiel vielleicht schon einer oder nicht oliven keine melone leben ohne hier 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 so sehr gut hier rein damit euch hier hier lecker hier 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 Fusselmonster Ist das für ein Name Fusselmonster? Ich bin das Fusselmonster Nicht Dann halt mich Ich kämpfe hier gerade gegen Blaze Achso Papa, ja Ich bin hier gerade ein bisschen Aber auch nicht, ey, das gibt es doch gar nicht So, was nochmal? Ich sag Fusselmonster Ist ja auch ein lustiger Name So, aber Sandwich-Technisch Hab ich schon nur bisschen was geschafft Aber noch nicht alles Ähm Papaya Gleich mal gucken Was hier noch alles fehlt Sandwich Piech Piech haben wir mit Schalt Warum nicht? Ich meine Fussisch Ich meine Fussisch Ich meine Fussisch So, den ganzen Tor geht es erstmal raus Starfood Hammer nicht Hammer nicht Hammer Das hat sich gerade gemacht Starberry Oder? Psst Wo ist denn hier? Gut, dann brauchen wir noch Pomegranat Oh, Gott sei Dank Ein Sandwich Was bei mir Hab ich das jetzt schon gemacht gehabt? Ne Ich weiß es nicht so genau Ähm, auf jeden Fall haben wir es jetzt gemacht Starfood Star 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 Watermelon So Das hat nicht geklappt So gut, jetzt haben wir schon mal das, das und das und das Kokosnuss, sehr interessant Kokosnuss haben wir Starfood Peach Okay, das ist glaube ich Granatapfel So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder Achso, Melone bräuchten wir noch Wie waren das Melon Sie, jetzt musste da irgendwas daneben sein, ne, muss da ein Baum daneben sein oder sowas, ne Aber jetzt habe ich ja nur, wenn ich das Auf Farmland anpflanzt Dann habe ich nur einen Pampin Stamm Irgendwie war das Irgendwie war das Sandwich Ich habe jetzt noch gefühlt, das ist doch hochdorf Irgendwie Was ist denn jetzt das Problem Alter Ist doch drinnen Okay Okay Geht ja Ich glaube das hatte ich auch schon gemacht Egal Egal machen wir es nochmal Dann das auf jeden Fall Das auf jeden Fall Zack Kiste da unten die Monster weg oder was Ich mache hier Sandwich, ey, ich glaube es nicht Oh, hat Spaß gemacht So, das So, das French Toast Blueberry Watermelon So Nice Also Also das P 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 uns im nächsten Part wieder. Tschüss! Tschüss!